Sie waren auch bei Jamshidis. Sie haben nur Nika, Bijan getötet. Bei Siamak haben sie alles durchsucht. Sie haben ihn nicht gefunden. Deshalb haben sie seine ganze Familie umgebracht. Sie haben alle getötet, die der Zeitung Geld geben, Sarah. Und die Druckerei abgebrannt. Sie haben unsere Zeitung zerstört. Wir werden eine andere machen. Sie nannten sie Nure Rus, das Tageslicht. Wir werden sie das Morgenlied nennen. Scheheresob. Wir sind nicht ohne Mittel. Wir müssen jetzt hellsichtig bleiben. Wie die Alten. Versuchen im Vogelflug die Zeichen der Zeit zu lesen. Ich war im Bus, Sarah. Ich war mit Ihnen im Bus, als sie uns mit Benzin übergossen schriech. Ich bin nicht aus dem Lager. Ich bin kein Flüchtling aus dem Lager. Ich bin wie ihr. Ich suche mein Kind, was sie mir weggenommen haben. Da haben sie mich aussteigen lassen. Und dann, auf einem Schlag, da haben sie geschossen. Und der ganze Bus ging in Flammen auf. Eine Frau versuchte, aus dem Fenster zu fliehen. Aber die Soldaten haben geschossen. Und sie blieb so rittlings in der Fensterbrüstung stehen, mit ihrem Kind auf dem Arm. Und ihre Haut ist geschmolzen. Und die Haut des Kindes schmolz. Und alles ist verbrannt. Wir haben keine Zeit mehr, Sarah. Die Zeit ist wie ein geköpftes Huhn. Die Zeit rennt wie eine Verrückte herum. Und aus ihrem Hals strömt Blut. Und er drängt uns.